Hör mal Tommi! Naja, ja, da ist es fein. Thomas! Hallo! Hallo! Hey, hallo! Hey, süß erst! Bist du da? Alter! Alter, ich red mit dir erst! Du süß! Alter, war das ja eh? Das war ja eh! Tommi! Annika! Der hat eh es geschluckt! Der hat eh es geschluckt! Der hat eh es! Ja! Ja! Du! Hast du noch sowas? Was? Hab ich noch was? Ich hab gar nichts geschluckt! Dass der Zucker biegt! Ich hab's gesehen, dass der Zucker biegt! Sicher! An Scheiß! Was willst du denn überhaupt von mir her? Ich bin grad am Liquid-Trip! Ich brauch ein Liquid-Age! Ich brauch ein Liquid-Exercer! Ich brauch ein Liquid... Hast du ein Liquid? Eigentlich mit Liquid oder was? Liquid... Liquid-Tröffel oder sowas! Liquid-Schick wäre Leihwand! Du... Liquid-Grassel hast sowas auch vielleicht! Weil... Prinzipiell... Rauch ist nimmergieren! ... ... Na und urleihwand wäre so ein Liquid-Räuberl! Weißt du? Zum Einschlafen... Kennst du das? So ein Liquid-Räuberl! Da legst du ihn und... Liquid-Räuberl? Oder... Liquid-Spanische Fliege! Kennst du das? Da steht er wie ein Hansa! So ist es wie ein Liquid-Wiaga! Da geht's Bam-Bam-Bam, Alter! Und ein Kilo Crack! Ein Kilo Crack brauchen wir! Ja, einslich viel! Oder nicht gescheit! Das ist das gute Zeug! So, da du meine! Das ist das Liquid-Edge! Das ist für den Dummel, Weil das ein tierfest hohen Kind! Das ist scheiße... Jetzt krieg ich dann aber auch einen Schluck davon! Weil bis jetzt hab's alles hier getrunken! Ist voll gemein und so, Alter! Gush, Anika, stürzt nicht, wir rachen jetzt, Craig! Das Craig von Worg, bist du deppert, das ist geil! Der erste, ihr scheiß Opfer, durchfetzen erst! Oh, das ist geil! Der letzte rote Sturm stürzt, der letzte rote Sturm stürzt, der jetzt ist es cool, der zum Angebot ein Blast. Der kleine Sturm stürzt, der als steuer인 Tag gerade, ist es einfach, die wir in die Kinder. Der erste, ihr habt auch schon. Das Craig von Worg, ist er so. Wo ist das Crack? Das Crack, das Crack ist gut. Werst du das? Da raucht ja einer Crack. Wow, wow, wow. Zack, 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 zack. Alle ziehen, keiner blasen, alle anziehen. Was ist denn da? Schau, da raucht ja nicht nur einer. Es sind ja hunderte. Rauchen einstellen. Und dann nimmst du die Austeln auf und zeigt mir die Ausweise alle. Alle. Gell mal, im Schweinzgeraub. Tess. Ja, was ist das? Ich bin der Baby. Was ist denn das? So, da haben wir Annika. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr werdet die Zeugieberei ein bisschen beschäftigen. Damit ich da die Drogen loswerde, in der Zwischenzeit mal einsitzen, geh ich sicher nicht. Arschpudern wollt nämlich nur ihr zwei Opfer. Da ist ein gutes Crack drinnen gewesen. Da wäre ein gutes LSD-Gwinder ist. Und nur wegen dem Tom mit dem Scheißhuhrenkind, weil er immer in der Öffentlichkeit Crack rauchen muss. Ich habe ihm schon so oft gesagt, ich rauche immer zuhause Crack. Da kann ich mir die ganzen Scheiße auch so reinhauen. Baba, scheiß Drogen und Scheißgiberei. Und jetzt nehme ich mir meine Penispothese und laufe weg, ihr scheiß Opfer. Witz euch alle, witz euch alle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017